Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen 20. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Nun im Jahr 2014. Der erste Song war ein bisschen ein ironischer Blick auf das heutige Thema. Der Song war von Red & Link, New Year's Resolution Song, also gute Vorsätze-Song. Und das Thema der heutigen Radiosendung ist auch, wenn Sie gelesen haben auf der Homepage, Neujahrsvorsätze. Ich glaube, es wird eine ganz interessante Sendung mit einem interessanten Studiogast hier bei mir. Ja, schauen wir mal, wo es uns hinführt mit den Neujahrsvorsätzen. Schauen wir mal, wie wir zu diesem Thema genau kommen. Wenn Sie sich mit einmischen wollen, wenn Sie einfach sich zu Wort melden wollen hier in der Sendung, dann rufen Sie bitte an. Telefonnummer hier in der Sendung 0512 56 02 91 11. Ich sage es Ihnen noch einmal, falls Sie es aufschreiben wollen. Wollen Sie gerade noch mal Bleistift oder Papier oder einen Kugelschreiber. Telefonnummer 0512 56 02 91 11. Dann sind Sie heute live bei uns im Studio und können sich bitte gerne melden. Auch zu Ihren Neujahrsvorsätzen oder ja, zu was Sie zum Thema dazu sagen wollen. Meine Damen und Herren, wie Sie es schon gewohnt sind, dass Sie sich ein bisschen ein Bild machen können vom heutigen Studiogast hier bei mir. Wieder der existenzielle Steckbrief. Eduardo, Name? Mein Name ist Eduardo Maria. Eduardo Maria. Geboren? Ich bin in der Stadt Bukaramanga, in Nordosten Kolumbiens, im Jahr 58 geboren. Also, wie Sie hören, ganz spannend. Eduardo hat ja schon einmal bei uns eine Sendung angerufen. War die zweite Sendung, wenn ich mich wirklich erinnern kann. Bei dieser Sendung ist es gegangen um, ja, eine paar spätere Sendungen, müsste man da nochmal nachschauen, um andere Kulturen. Und da hast du uns ja auch ein bisschen was von deiner Heimat erzählt, da hat es einmal. Das stimmt, ja. Ich war da aufgewachsen, hast du ja schon ein bisschen gesagt, so in Bukaramanga. Aber was fällt dir denn noch dazu ein, aufgewachsen zu nehmen? Ja, dazu fällt mir ein, dass es damals eine Kindheit war, ganz anders als wie meine Kinder zum Beispiel diese Kindheit erlebt haben. Es war kein Zeichen von Internet, von Handy, von Computerspielen. Es war mehr der Ball auf der Straße, wie Fußball oder wie Basketball. Es war mehr die Zeit, wo wir miteinander sehr viel spielen konnten, viel Körperkontakt. Ja, ganz anders. Ja, spannend, so dieser Vergleich auch, gell. Ist das, glaubst du, die Zeit oder ist so der Kontinent, was so diesen Unterschied einfach ausmacht? Ja, ich glaube mehr die Zeit, weil heutzutage, wie ich höre und wie ich anschaue in meinen Verwandten auch drüben, die sind genauso in diese Welle der Internet und der Computerspielen. Okay, also das scheint ein weltweites Phänomen einfach auch zu sein, oder? Das glaube ich, ja. So die Veränderung der Werte schon auch, gell? Auch, ja. Jetzt habe ich gerade da nebenbei ein bisschen nachgeschaut. Interessant, das war genau vor einem Jahr, wo du in dieser Sendung via Telefon warst. Das war am 3.11.2013 und da war eben das Thema Heimat und Sinn. Ja, aha. Ja, spannend. Ja. Pass gut von der Zeit. Eduardo, mit deiner Kindheit, hast du jetzt erst gesagt, verbindest du eigentlich so dieses verschiedenartige, jetzt wo du jetzt diesen Vergleich hast, zu deinen Kindern da? Ist so das, was dir am meisten einfällt zu deiner Kindheit oder fällt da noch was ein dazu? Was vielleicht zentral war für dich so in deiner Kindheit? Ja, sicher fallen mir Sachen dazu ein, diese Wünsche mal erwachsen zu werden und etwas im Leben zu erreichen. Und irgendwie etwas zu tun im Leben. Das war schon in meiner Kindheit sehr spürbar. Und ich war, wenn ich mich gut erinnere und meine Geschwister mich auch daran erinnern, ich war ziemlich aktiv, manchmal vielleicht unruhig oder unruhiger als die anderen, eher kreativ. Und ja, viele Sachen habe ich nicht so einfach angenommen, wie es vorgegeben war, sondern ich habe irgendwie dazu meine eigene Kreativität eingebaut. Das klingt nach einer ganz wichtigen Ressource, oder? Ja, das waren interessanterweise Ressourcen, die kann ich schon glauben, dass es schon in den Genen waren. Weil rumherum hat es nicht so viel gegeben, wie es heutzutage ist. Also warst du mehr auf das im positiven Sinne zurückgeworfen, oder? So auf das, was ursprünglich, was dich angeht, oder? Was dir wichtig ist, wie du die Welt siehst, oder? Es stimmt, ja. Ja, also da habe ich vor einiger Zeit von einem Neurowissenschaftler was gelesen und der andere hat ja gesagt, das Beste, das einem Kind passieren kann, ist, dass es mal langweilig wird. Weil in der Langeweile werden Ressourcen aktiviert. Und ich würde dazu sagen, nicht nur die Langeweile, sondern auch vielleicht, wenn es nicht so viel herum um ihn steht, dann ist er auf sich selbst gestellt und da werden wirklich viele Ressourcen aktiviert. Also Sie hören, meine Damen und Herren, Langeweile als ganz was Wichtiges im Leben, was auch was aktivieren kann, also nicht nur was Schlechtes, man muss sagen, das darf nicht eintreten, oder? Ich denke mir gerade, die heutige Zeit mit den verschiedenen Medien ist ja ganz stark danach ausgerichtet, Langeweile von vornherein zu vermeiden, oder? Ja, nicht aufkommen zu lassen, oder? Wie du sagst, aber ganz was Wichtiges, dass das so da ist. Ja. Heutzutage würde natürlich nicht unter dem Begriff Langeweile vermarkten können, aber man könnte auch sagen, einfach Zeit und mit sich selber zu beschäftigen. Und natürlich, das ist ganz anders als Langeweile. Langeweile war damals vielleicht nur der Ansporn, sich mit sich selber zu beschäftigen. Aber man fängt an, sich mit sich selber zu beschäftigen, und das ist keine Spur mehr von Langeweile. Umgekehr. Eduardo, und nach der Kindheit, wie können wir uns das dann vorstellen? Du bist jetzt ja da, in Innsbruck, in Österreich, oder? Ja. Aufgewachsen, aber Kolumbien. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Wie bist du dahergekommen? Wie ich dahergekommen bin? Ich habe vorher erwähnt, also den Wunsch von mir, irgendwas zu erreichen. Das hat sich sehr kristallisiert in der Zeit, wo ich meine Matura gemacht habe. Damals zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heutzutage genau ist, aber damals war der Wunsch von jeder, einmal einen Aufenthalt in Amerika oder in Europa zu machen, weil die waren die Gesellschaften, die uns mehr oder weniger immer vorgegeben wurden, als entwickelt und als, ja, was wollte ich etwas leisten. Und dieser Wunsch ist in mir sehr stark geworden, sodass ich kurz vor meiner Matura schon Pläne gehabt habe, in Amerika einen Aufenthalt zu haben. Leider ist es wegen anderen Gründen also nicht gegangen. Aber der Wunsch war da und gleich nach meinem ersten Abschluss meines Studiums in Philosophie konnte ich diesen Wunsch hier in Europa kristallisieren. Und das war im Jahr 87. Okay, also schon lange Zeit her. Es ist eine lange Zeit her, wobei geplant war es nur eine Zeit für ein Studium in Europa und zurück in meine Heimat, das hier Gelernte zu verbreiten. Das ist natürlich anders ausgegangen, weil ich inzwischen hier meine jetzige Frau kennengelernt habe und hier eine Familie gegründet habe und mich entschieden habe, hier zu bleiben. Ein interessanter Lebensverlauf, ja? In meinen Augen sehr interessant. Eduardo, was machst du denn gerne? Was ich gerne mache, ist das Leben einfach zu geniessen und dies in verschiedenen Formen. Ich bin ziemlich sportlich. Ich mag gerne Musik. Ich musiziere, ich tanze, ich habe sehr gerne Zeit für mich. Ich ernähre mich gesund und genieße jedes Essen. Also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein Genießer. Und das ist, was ich gerne tue. Meine Damen und Herren, Sie hören, ein Genießer. Ganz interessanter Mensch heute wieder bei mir im Studio. Eduardo, du hast ja gesagt, was dich auch ausmacht oder was du gerne machst, Musik. Du musizierst selber, bist aber auch sehr vielfältig an Musik interessiert. Du hast uns ja ein breites Spektrum einfach von spanischer oder kolumbianischer Musik mitgenommen. Ja, könnte man sagen, südamerikanische Musik insgesamt, ja, weil es sind in meinem Repertoire, das ich immer noch auswendig kann, sind vielleicht 300 Lieder und es ist eine Mischung. Und da habe ich zum Beispiel sehr viel Einfluss von Mexiko, wobei ich im Nachhinein nur erfahren habe, dass solche Melodien so von dort waren. Aber natürlich sehr viel Musik aus meiner eigenen Heimat, in meiner Familie ist auch ein verwandter Komponist, also ein Bruder von meinem Papa. Und das heißt, Musik ist für mich immer ein wichtiger Punkt gewesen. Ich war in Zeit schon im Kindergarten auf der Bühne und habe vor hunderte von Leuten gesungen. Und natürlich in der Schule weiterhin und überall, kaum habe ich schon gelernt, die Gitarre zu spielen. Mit 13, 14 Jahren, da war ich überall mit der Gitarre unterwegs. Sehr viel Volksmusik natürlich, die von der Natur erzählt, von der Schönheit, von Ruhe, von Himmel, von alles. Ja, schade, Eduardo. Ich glaube, jetzt war es ein netter, gell? Also, hast du von dir selber auch eine Musik mit oder sind das eher Interpreten, andere Interpreten, was du jetzt auch mithausch hier, oder, in der Sendung? Das ist von anderen Interpreten, ja. Schade, vielleicht geht es sich wieder einmal aus, vielleicht in irgendeiner nächsten Sendung, dass du vielleicht auch mit deiner Gitarre daherkommst und uns da live was vorspielen könntest. Wäre natürlich schon auch was. Aber was hättest du uns denn jetzt Gutes mitgebracht, wo du sagst, vielleicht hier an dieser Stelle, das würde ganz gut passen. Was könnten wir jetzt einspielen? Ich selber habe jetzt nicht überlegt, ich muss inzwischen schauen in mein Album. Genau, genau. Und vielleicht inzwischen… Genau, schau mal nach, was ich so jetzt anbieten würde. Meine Damen und Herren, Sie hören sehr vielfältig interessiert, der heutige Studiogast. Zum Thema Neujahrsvorsätze und Sinn, da kommen wir noch schön hin. Wenn Sie sich hier bei der Sendung einfach melden wollen, wenn Sie mitsprechen wollen, wenn Sie Fragen an den Studiogast haben, bitte melden Sie sich. Telefonnummer, wie gesagt, noch einmal 0512 56 02 91 11 und Sie sind hier live im Studio. Schauen wir mal, ob Eduardo schon was gefunden hat. Eduardo, was wird sich denn anbieten? Ja, es kommt ein Lied, das heisst Kali Pachangero. Also, ich stehe mich im Moment im Auge, weil es ist eine Melodie, die ich auch sehr gerne höre und tanze. Es geht einfach, um das Leben in Bewegung zu bringen. Okay. Und der Interpret oder die Interpretinnen wären? Das heisst Gruppo Nietzsche aus Kali, Kolumbien. Es ist eine sehr Paradegruppe für Salsa in Kolumbien und überhaupt in Südamerika. Ja, schön. Dann spielen wir das ein. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirat 105,9. Wenn Sie diese Sendung nachhören wollen, dann gehen Sie unter www.sinn-los.at. Da haben Sie die ganzen Sendungen drinnen, die vergangenen und die zukünftigen, leider dann ohne Musik. Sie wissen, aufgrund von Copyright-Problematiken, wenn man es so nennen will, ist es mir nicht möglich, die Sendung mit Musik online zu stellen. Da müssten Rechte bezahlt und so weiter werden. Das wäre dann ziemlich aufwendig. Also, wenn Sie die Sendung live hören wollen, live heißt dann mit Musik, hier, jetzt, dann müssen Sie einfach reinschalten, jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Heute zum Thema Neujahrsvorsätze. Ein ganz interessanter Studiogast hier aus Kolumbien stammend, lebenslustig, wenn man es so nennen will, Theologe, Coach, Lebensberater. Meine Damen und Herren, im Vorfeld zu dieser Sendung habe ich mich zum einen schlau gemacht, das werde ich Ihnen nachher ein bisschen vorlesen, aber zum anderen auch bin ich zu verschiedenen Leuten zugegangen und habe gefragt, was habe ich es euch denn vorgenommen im Jahr 2014? Oder besser gesagt, im Vornah, vorausahnend, was möchte ich denn erreichen 2014? Was wären meine Vorsätze? Und das möchte ich Ihnen jetzt gern einspielen. Gerade einen Moment, wir müssen gerade die Musik kurz abschalten, weil die meldet sich sonst noch im Hintergrund. So, aber jetzt haben wir die Neujahrsvorsätze. Ich habe keinen Vorsatz. Im neuen Jahr fahre ich mit meinem Freund nach Thailand. Meine Neujahrsvorsätze sind, mehr Freizeitgestaltungen zu machen und mehr zu tanzen. Nimm das Leben, so wie es kommt und mach das Beste heraus. Also, was ich mir fürs nächste Jahr vornehme, ist, dass ich mich nicht mehr so viel ärgern tue, dass ich die Dinge gelassen nehme. Also, ich habe jetzt noch nie irgendwelche Neujahrsvorsätze gehabt und darum habe ich auch nicht zu kommen. Also, ich lasse mal die Dauerwelle wachsen und fange das Rachen an. In meinem Alter habe ich mir gedacht, ja, ich muss einige Blödsinn machen, oder? Wenn man mal über die 40 ist, hast du es. Und die Roller wäre gescheiter, ich bin es auf jeden Fall nicht. Also, ja. Viel Gesundheit, Erfolg, Geld und dass das Jahr gut umgeht. Also, mein Neujahrsvorsatz für 2014, Spanisch lernen und Zumba tanzen. Sie hören, meine Damen und Herren, ganz vielfältige Neujahrsvorsätze. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie sich da bei ein paar dieser Vorsätze wieder vorgefunden haben. Wenn wir uns so die aktuelle IMAZ-Anfrage anschauen, dann sehen wir Folgendes. Das ist ein, was ich herausgefunden habe, bei den 1.005 Personen österreichweit befragt worden, ab dem Alter 16 Jahre. Es waren ungefähr, ja, ein bisschen mehr Frauen, so bei den 40, 42 Prozent Frauen, 33 Prozent Männer. Ein Drittel der Befragten haben gesagt, dass sie einen Neujahrsvorsatz haben. Ein Drittel bis, also 30 bis 40 Prozent waren das. Also, es gibt schon auch sehr viele, die sagen, wir haben keinen Neujahrsvorsatz, wie Sie gehört haben. Bei den Interviews waren es zwei Personen, der Rest hat einen Vorsatz. Was man auch herausgefunden hat bei der IMAZ-Anfrage ist so, dass, wenn die Leute einen Vorsatz haben, dann haben sie wahrscheinlich mehr Vorsätze. Das heißt, von denjenigen, die einen Vorsatz sich vorgenommen haben, haben ungefähr 40 Prozent zwei oder drei Vorsätze und vier bis sechs Vorsätze haben 33 Prozent. Das heißt, also, wenn man sich schon was vornimmt, nimmt man sich doch gescheit mehr Sachen vor, anscheinend. Wenn wir uns so die Top 5 der Vorsätze anschauen für 2014, da ist mehr Bewegung, mehr Sport an älster Stelle mit 50 Prozent der Befragten. Bewusster leben, mehr auf sich selbst schauen, 45 Prozent. Sich gesünder ernähren, haben wir 37 Prozent. Abnehmen, 35 Prozent. Und dann kommt mehr Zeit für die Familie und Freunde aufwenden. Eduardo, Vorsätze, Neujahrsvorsätze. Was sagst du dazu? Kennst du sowas, auch diese Vorsätze, beziehungsweise was fällt dir denn dazu ein? Ich finde es ganz interessant, dass in meiner Tätigkeit als Coach und Berater, die ich schon seit nahezu 20 Jahren ausübe, diese Punkte sich wiederholen. Und dies nicht nur hier, sondern auch in meiner Kultur. Das ist für mich ein interessanter Signal, dass dahinter, also hinter diesen Fortsätzen, Grundbedürfnisse stehen, unabhängig von der Kultur und vom Alter. Und die werden nur verpackt in Form von gesünder Leben oder sich mehr bewegen. Aber das sind Grundbedürfnisse, die irgendwie nach mehr Aufmerksamkeit verlangen. Und diese Grundbedürfnisse, was du sagst, welche wären das zum Beispiel? Gibt es so Grundbedürfnisse, wo du sagst, das wären die, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5? Ja, ich glaube, es sind zwei Grundbedürfnisse, die ich irgendwie immer wieder feststellen kann hinter solchen Äußerungen. Der erste ist dieser Wunsch nach Wachstum. Das ist anscheinend genetisch schon vorprogrammiert, dass wir die Erfahrung machen, auch im Mutterleib, dass wir uns im permanenten Wachstum befinden. Und dieser Wunsch nach Zugehörigkeit. Ein Wunsch von jemandem zum Beispiel abzunehmen, hat auch eine gesellschaftliche Nebenwirkung. Und zwar oft auf mehr Akzeptanz zu stossen. Und das heißt, mehr zu dieser Gruppe oder zur Gesellschaft zu gehören. Und diese zwei Bedürfnisse sind irgendwie reflektiert in dem Wunsch oder in den Wünschen, aus sich mehr mit der Familie zu beschäftigen. Oder mit mehr Zeit für die Freunde auch. Also das ist alles so die Dimension, wie du sagst, Zugehörigkeit. Ja, oder mehr auf sich selbst zu schauen. Also mehr mit dem Wachstum, dieser Wunsch nach Entfaltung. Okay, das wäre also ein individuelles, persönliches Wachstum. Ja. Okay. Ja. Eduardo, woran liegt es, wie du sagst, dass sich erstens einmal diese Bedürfnisse von der Kultur zu Kultur nicht viel unterscheiden? Plus zweitens, das ist jetzt so eine Umfrage von 2014. Ich habe es so verglichen, 2013 ist auch nicht viel anders gewesen. Da war halt an erster Stelle gesunde Ernährung, die hätten wir da jetzt an dritter Stelle. Dann wäre aber auch wieder mehr Zeit für liebe Partnerschaft drinnen. Da wäre an vierter Stelle gewesen Rauchen aufhören. Das sind aber alles so die ähnlichen Dimensionen, so wie du auch sagst. Woran liegt es, dass sich die Leute das anscheinend jedes Jahr vornehmen? Und ich weiß nicht, es kann natürlich Zufall sein, dass dieses Jahr tausend andere befragt worden sind, dass die anderen es letztes Jahr erreicht haben. Aber glaube ich jetzt gar nicht. Woran liegt es, dass dieser Vorsatz da ist, am 01.01. oder keine Ahnung, 31.12. des Vorjahres, aber dann irgendwie nicht umgesetzt wird? Ja, da liegt gerade die ganze Kraft unserer Arbeit als Berater, als Coach oder die Arbeit der Therapeuten oder der Psychologen. Ja, wir sind auch ausgestattet mit einer Neigung oder mit einem Gesetz, der geringste Widerstand. Und mit diesem Gesetz ist dieses magische Gedanken drinnen. Die Sachen sollen geschehen, ich soll viel erreichen, aber mit wenig Aufwand. Das ist ganz gut so, aber leider ist nicht immer erreichbar. Das heißt, da fange ich jetzt zu unterscheiden, Wünsche von Zielen. Also als Jahresfortsätze glaube ich, es geht mehr um Zielen auch. Und da glaube ich, gehört eine Spur mehr Konzept oder mehr Struktur, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich hätte schon einige Punkte, einige Faktoren, die ich auch nennen möchte, erwähnen möchte. Ja, also ganz, ganz interessant, wie ich es hören, meine Damen und Herren. Also Ziele und Wünsche sind nicht dasselbe. Ich habe da auch Folgendes dazu ein bisschen gefunden, sodass das einfach auch natürlich Wollen und Müssen nicht dasselbe ist. Das heißt also, so dieses Wollenskonzept, aber was Wollen, unser eigener Willen, hat ja auch was, wenn wir so philosophisch ein bisschen betrachten, mit der Freiheit zu tun. Oder der Wille hat so, oder ist Ausdruck der Freiheit der Person. Das heißt also, ich kann zum einen aber auch nicht mir Wollen vornehmen. Ich muss das Wollen, geht nicht da. Das heißt, da sind wir bei ganz was Persönlichen von uns selber. Das, was sich einstellt oder auch nicht einstellt, im Gegenteil zu dem Müssen. Ja, und was sicher auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir da mit einem Bereich einfach zu tun haben, da geht es um den persönlichen Wert, es geht um Werte des Lebens, so wie wir gehört haben. Du ja gesagt hast, so diese Grunddimensionen, die zwei Grundwerte, wie du sagst, dazugehören wollen und das Persönliche wachsen. Das heißt also, auf was für Werte fuße ich denn in meinem Leben? Und ganz interessant, dass wir da von dir noch ein bisschen mehr dann hören, so was führt dann dazu, was kann uns unterstützen? Das heißt, wie das Konzept dann genau ausschaut. Aber ich glaube, spannen wir doch da unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen auf die Folter, so in die Richtung, lassen wir Ihnen doch ein bisschen nachdenken. Zum einen, was sind es für Neujahrsvorsätze, was Sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, sich heuer vorgenommen haben? Und woran krankt es Ihrer Meinung nach, dass dieses vielleicht der gleiche Vorsatz ist, den Sie sich letztes Jahr vorgenommen haben? Wir geben Ihnen ein bisschen Zeit, sich da darüber Gedanken zu machen. Wir werden ein nächstes Lied einspielen, Eduarda. Vielleicht findest du da eins, was gut dazu passt. Ich möchte Sie auch noch einmal daran erinnern, Sie können sich gerne hier in der Sendung melden. 0512 56 02 91 11 und Sie kommen hier in die Sendung. Ganz eine spannende Sendung. Alle diejenigen, die sich nicht getrauen, wie gesagt, können sich ja mit ihren eigenen Neujahrsvorsätzen, beziehungsweise auch den Hemmungen des Umsetzens ein bisschen auseinandersetzen. Weiteres Vorgehen, da kommen wir dann dazu, nach dem nächsten Titel. Eduarda, was spielen wir denn ein? Ich habe da von Familie André, De Oro heißt es. De Oro, also die Zeit oder die Stunde oder was heißt es? Na, De Oro ist mehr aus Gold. Ah, okay, okay. Ja, schön. Das ist auch so irgendwie ein Wunsch. Ein Wunsch in diesem Lied verpackt, einfach das Leben schön zu haben. Im Leben schön zu haben. Okay. Ja, dann glaube ich, passt das ganz gut. Der existierende Mensch. Ja, meine Damen und Herren, heute zum Thema Neujahrsvorsätze. Eduardo Duran-Rodriguez, Theologe, Coach, Lebensberater, möchte uns jetzt ein bisschen Einblicke verschaffen in Umsetzungsmöglichkeiten, die helfen, unsere, sagen wir mal, Umsetzungshemmer in Schranken zu weisen. Sie wissen, meine Damen und Herren, aus eigener Erfahrung und auch vielleicht von Bekannten und Kollegen, dass immer wieder Neujahrsvorsätze getätigt werden, teilweise immer wieder die gleichen jedes Jahr, nur an der richtigen Umsetzung fehlt es dann irgendwo. Man hat so das Phänomen, was man sich am 1. Jänner vorgenommen hat, ist dann vielleicht schon am 15. Jänner weg, vielleicht am 1. Februar oder am 1. März weg. Also sehr, sehr wenige Vorsätze, würde ich jetzt einmal sagen, werden dann dermaßen greifbar, dass sie dann umgesetzt werden. Eduardo, deine Erfahrungen dazu, deine Punkte, du hast ja so gesagt, es wären ganz konkrete Punkte da, was den Zuhörern, Zuhörerinnen helfen könnte, um in eine Umsetzung zu kommen. Ja, gerne. Es sind Punkte, die ich nicht selber herausgefunden habe. Es ist im Laufe meiner Ausbildungs- und Erfahrungsgeschichte dazu gelernt habe. Die sind mehr oder weniger schematisiert in sieben Punkten, die ich gleich erwähnen möchte. Und es sind, meiner Meinung nach, Ausschlaggebungen, damit wir, wenn wir ein Ziel haben, wirklich dieses Ziel erreichen. Und es fängt an mit der Formulierung. Ich habe gerade in dem Beitrag vorher gehört, wenn jemand gesagt hat, ich möchte das nächste Jahr mich nicht so sehr ärgern, so ungefähr war die Formulierung. Und gerade wenn wir an diese Fähigkeit unseres Gehirns denken, dass er mit dem Nichts anfangen kann, dann ist dieses Ziel fast zum Scheitern gedacht, weil das Gehirn braucht einen operativen Input. Und zwar, statt, ich möchte mich nicht mehr ärgern, sollten wir eine positive Formulierung finden. Was wäre zum Beispiel dieser Dame zu raten? Ich möchte gelassener in eine Stresssituation reagieren. Und sogar dieses Vergleichen können wir auslassen, ich möchte gelassener in eine Stresssituation reagieren. Und da wäre das Gehirn für sowas schon vorprogrammiert, kommt die Stresssituation und melde sich, sagen wir mal so, das Unterbewusste sagt, wie wolltest du in die Situation reagieren? Ah, gelassener. Ja, und ich glaube auch, dass es leichter umsetzen ist, oder? Gelassenheit, könnt ihr mir vorstellen, leichter zu erlernen, als wie sich nicht zu ärgern. Eben, ja, da beginnt es, um das Ziel wirklich erreichbar zu machen, eben, beginnt mit dieser Formulierung. Das heißt, der erste Punkt heißt, das Ziel soll positiv formuliert sein. In zweiter Instanz kommt die aktive Beteiligung des, in der das Ziel formuliert. Als Beispiel, ich kann zum Beispiel nicht als Ziel formulieren, dass, ja, wenn meine Oma, ihr Haus verkauft, werde ich einmal zum Geld kommen und mit dem Geld kann ich selber ein Studium anfangen und so weiter. Da bin ich nicht in dieser Entwicklung des Zieles beteiligt. Da bin ich angewiesen auf, wann meine Oma das Haus verkauft. Also, die aktive Beteiligung heißt, ich als Zielformulierer muss alle Hebel in der Hand haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und da kommt die dritte Stelle, die, es heißt so, spezifisch soll das Ziel formulieren, spezifisch als Gegenteil zum Generell. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus meiner Erfahrung, in meiner Coaching-Tätigkeit, Abnehmen. Abnehmen ist so generell. Wenn jemand 90 Kilo schwer ist und er sagt, ich möchte abnehmen, wenn er ein Kilo abnimmt, dann hat er schon abgenommen. Aber es ist sicher nicht das Ideal oder das Ziel 89. Das heißt, dieses Abnehmen muss konkreter, spezifisch formuliert, und zwar, ich möchte mein Körpergewicht auf von mir aus 85 oder 80 Kilo bringen. Und da ist es eine spezifische Betrag oder Zahl, an der ich mich orientiere. Neben diesem Punkt ist es beweisbar. Das heißt, ich werde mein Ziel mit bestimmten Messmethoden beweisen können. Das heißt, wenn ich von 90 auf 85 Kilo mein Körpergewicht zurückgebracht habe, dann kann ich es beweisen, bzw. es gibt ein Gerät, der mir zeigt, ich habe jetzt 5 Kilo abgenommen. Der nächste Punkt wären die Ressourcen. Das heißt, mit welchen Werkzeugen ich rechne oder rechnen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Da könnten Ressourcen sein, die in der eigenen Person sind, wenn wir beim Beispiel abnehmen bleiben. Das heißt, wie schaut es mit der eigenen Disziplin aus? Wie schaut es mit den Bewegungsmöglichkeiten aus? Wie schaut es mit meinen Ressourcen Zeit aus? Wann kann ich, wie lange kann ich, wie oft kann ich mich bewegen, etc.? Es gibt aber auch Ressourcen in der unmittelbaren Umgebung, in dem Fall die Familie oder die Angehörigen, die oft unbewussterweise einen gewissen Druck ausüben. Wenn jemand zum Beispiel sagt, na, heute habe ich genug, brauche ich nicht mehr essen. Ja, isst du nur, bist du krank oder bist du beleidigt oder hat es nicht geschmeckt? Und da muss der andere sich immer rechtfertigen. Also diese Unterstützung könnte, also die Ressource Familie könnte sehr positiv auch wirken, wenn die Familie informiert ist, was ich für Ziele habe oder die Bekannten, die sogar mich unterstützen könnten. Und natürlich, es gibt ein breiteres Spektrum von Ressourcen, was in meiner Umgebung noch möglich macht, dass ich mein Ziel erreiche. Gehewege oder Sportzentren oder Orte, wo ich meine Lebensmittel einkaufen kann und so weiter und so fort. Ein wichtiger Punkt ist auch die Größe des Zieles. Es ist so bekannt, dass wenn das Ziel zu hoch gesteckt ist, uns sehr schnell entmutigt. Es sei denn, das Ziel kann groß bleiben, aber dann müssen dazwischen Subziele gebaut werden. Wenn ich beim Gewicht bleibe, von 90 auf 85, dann werde ich kiloweise pro Monat ein Subziel haben und diese 5 Kilo innerhalb von 6 Monaten erreichen. Wenn das Ziel zu leicht zu erreichen ist, dann ist auch keine Motivation mehr da. Also die Größe spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Und in letzter Instanz ist das, was ich diese ethische Seite nenne oder das Ökologie-Check, wie es auch von manchen Autoren genannt wird. Das Ziel soll erreicht werden oder kann erreicht werden, wenn ich keine anderen Bereiche in meines Lebens verletzen muss. Es ist ganz, habe ich auch heute in einem Beitrag vorher gehört, jemand will mehr Geld haben. Ja, das ist in Ordnung und so. Aber auf welche Kosten wird man dieses Geld haben? Mehr Arbeit, weniger Zeit für die Familie. Da wird auch die Gesundheit darunter leiden. Und auf einmal kann es sein, dass mein Konto ein bisschen besser ausschaut. Aber ich habe drei andere Werte einfach im Altar der finanziellen Lage geopfert. Und so werden alle diese sieben Punkte immer wieder eine wichtige Rolle spielen, wenn ich ein Ziel habe, dass ich wirklich das Ziel erreichen kann. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören, sieben Punkte. Wenn ich sie jetzt nochmal richtig zusammenfasse, ich glaube, eins ist mir, eins habe ich verloren. Das Erste, die Formulierung, wenn ich die richtig verstanden habe. Das Zweite, auf mich selber kommt es an, als wesentlicher Faktor. Das Dritte, die Beweisbarkeit. Aha, da war vorher die Spezifität, also spezifisch, statt generell. Genau, genau, da haben wir die Spezifität noch gehabt. Dann auf die Ressourcen ja Bedacht zu nehmen, eigene Ressourcen und Umgebungsressourcen zu nützen, die Größe des Zieles sich gut anzuschauen oder eventuell Subziele einzuschieben. Und zum Schluss die ethische Seite, das heißt, mit welchen Zielen konkurriert vielleicht das eine Ziel oder welche werden vielleicht dadurch nichtig gemacht oder beiseite geschoben und melden sich dann doch wieder als sogenannte, wenn man so sagen will, Störenfriede, die dann eher dann darauf schauen, dass das ursprünglich wiederhergestellt wird. Stimmt. Ich habe ein Beispiel, vielleicht, wenn ich ganz kurz erwähnen kann. Jemand, bzw. ein Ehepaar, hat beide Raucher, haben sich für ein Nichtraucherseminar angemeldet und das erfolgreich absolviert. Und sechs Monate später haben sie verzweifelt einen Therapeut, einen Ehe-Therapeut gesucht, weil sie eine Krise gehabt haben. Und im Nachhinein hat sich herauskristallisiert, dieses Ziel, Nichtraucher zu werden, beziehungsweise wenn sie in der Zeit der Raucher waren, haben sie sehr viel Zeit miteinander verbracht und diese Zeit, die sie miteinander verbracht haben, als Nichtraucher, haben sie nicht mehr eingebaut in den Alltag. Das heißt, ihnen ist mit den Rauchern auch eine wichtige Zeit entgangen. Und im Nachhinein ist es hochinteressant. Auch für ein nicht gewünschtes Verhalten, muss man schauen, für was ist dieses Verhalten noch gut. Und erst dann, wenn wir positive Ersatzmöglichkeiten finden, dann macht es Sinn, es zu verändern. Ja. Ganz ein interessantes Beispiel, was du da bringst. Da würde es wirklich, sage ich einmal, auch Sinn machen, sich wie so ein bisschen eine Zeitprogression einfach mit hereinzunehmen, sich so quasi ein bisschen vorzustellen, hineinzuversetzen. Was wird denn dann sein, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Was hat es für mich für Auswirkungen? Was hat es für die Umgebung für Auswirkungen? Wie werde ich mich dann fühlen? Wie wird das von außen auch wahrgenommen werden in diesem Moment? Genau. Und was wird sich dann wie auch ändern oder auch nicht ändern? Was wird gleich bleiben? Da wo dann vielleicht genau diese Themen, wo du sagst, vielleicht nochmal vielleicht zentraler, so uns noch einmal daherkommen. Zum einen, wenn wir darauf vorarbeiten, aber zum anderen heißt es für mich einfach schlicht, vielleicht muss man dann auch verschiedene Ziele, vielleicht im Umsetzungsprozess, vielleicht muss man sowas wie auch scheitern, oder? Damit sich genau das dann auch herausstellt. Wie du sagst bei diesem Paar, vielleicht hätten die das davor gar nicht so überdenken können, sondern in diesem Scheitern ist dann vielleicht auch nochmal klar geworden, für was jetzt dieses Rauchen dann auch steht. Und es ist auch sehr interessant, dass man viele Ziele wir nicht erreichen, weil es von Anfang an nicht in Einklang mit unseren Werten stehen. Obwohl wir uns das wünschen und wir glauben, wenn wir das oder das erreichen, wird unser Leben endlich einmal glücklich sein. Es ist ein Gedanke, aber es muss nicht immer so sein. Und vielleicht eben dieses Scheitern, die du jetzt erwähnst, ist es eine Notwendigkeit, weil wir einfach glauben, dass manche Ziele unser Leben wirklich in den Hafen des Glücks bringen können. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ganz ein gutes Schlusswort für die heutige Sendung. Ich möchte mich herzlich beim heutigen Studiogast, beim Eduardo Duran-Rodriguez bedanken, für eine wirklich ganz interessante Sendung mit einem, ich glaube, uns alle betreffenden Thema. Auch für diese Anreize, die du uns gebracht hast, wo wir rauf schauen können, um vielleicht leichter in Umsetzung zu kommen. Aber immer mit diesem Schlusssatz, wenn wir zum Schluss gehabt haben, okay, kann auch sein, dass ein gewisses Scheitern notwendig ist, dass andere Ziele dann vielleicht klarer werden für uns und dieses eine Ziel, was wir uns vorgenommen haben, vielleicht gar nicht einmal so wichtig war. Genau. Das habe ich im eigenen Leben auch so erfahren. Meine Damen und Herren, schalten Sie wieder ein. Das nächste Mal wird sein Donnerstag, der 6. Februar 2014, wieder von 20 bis 21 Uhr. Dann wird es um das Thema Kinder und das Thema Sinn gehen. Auch wieder, glaube ich, eine ganz interessante Sendung. Wenn Sie mehr dazu sehen wollen zu dieser Sendung, gehen Sie auf die Homepage www.sinn-los.at. Da finden Sie auch noch alle Informationen zum heutigen Studiogast, Link zu seiner Homepage und so weiter, aber auch zum nächsten Studiogast. Auch finden Sie auf dieser Homepage die Links, wo Sie einfach diese Sendung noch einmal nachhören können. Wie gesagt, dann leider allerdings ohne der Musik. Aber da kriegen wir jetzt zum Schluss noch ein ganz schönes Lied, glaube ich. Was würde denn jetzt passen, Eduard? Es passt jetzt ganz gut ein Lied von Joey Arroyo. Das ist ein Musiker aus Kolumbien, in dieser Salsa-Welt, leider schon gestorben. Und das Lied heißt Ami Dios, todo le debo. Also alles, was ich bin, kommt von Gott. Dann wünschen wir Ihnen auf alle Fälle noch einen sinnvollen Abend. Auf Wiederhören. ... ... Vielen Dank.